Nächste Station München Hauptbahnhof Diese Zufahrt endet dort Wir verabschieden uns von Ihnen und würden uns freuen, Sie bald wieder als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen Aufstieg und aufrichtung Zuerst Hallo Eisenbahnfreunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video Heute möchte ich euch mitnehmen auf dem Weg ins Dieselparadies nach Myrdorf Aktuell befinde ich mich gerade am Münchner Hauptbahnhof Wo ich jetzt etwas Umsteigezeit habe und dann geht es weiter Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video Der Urlaubsexpress Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video Und bespannt ist dieser Zug mit einer Nrce Nrce Taurus Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video Ich wünsche euch viel Spaß bei der Nrce Taurus Ich wünsche euch viel Spaß bei der Nrce Taurus Von der Class 66 oder 77 Über die Baureihe 218 und 245 Ich wünsche euch viel Spaß bei der Nrce Taurus Ich wünsche euch viel Spaß bei der Nrce Taurus Ich wünsche euch viel Spaß bei der Nrce Taurus Ich wünsche euch viel Spaß bei der Nrce Taurus Ich wünsche euch viel Spaß bei der Nrce Taurus Ich wünsche euch viel Spaß bei der Nrce Taurus Ich wünsche euch viel Spaß bei der Nrce Taurus Ich wünsche euch viel Spaß bei der Nrce Taurus Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020